Mein Name ist Ramona Rauch. Ich führe ein Outdoor- und Schutzbekleidungsunternehmen in Rosefeld. Das nennt sich Adventure. www.adventure-rauch.de. Guckt doch einfach mal geschwind vorbei. Ich habe es euch lang versprochen. Jetzt ziehen wir es endlich durch. Die Vorstellung vom Schnittschutzschuh Alpin. Allerneustes Produkt der Firma Pfannung. Ich finde wirklich ein Bombe Schuh. Das hat gleich mehrere Gründe. Die werde ich euch jetzt direkt einmal kurz erläutern. Und zwar verfügt der Schnittschutzschuh Alpin über eine Vibram Leitzohle. Das heißt, der hat wirklich brutal gute Abroll-Eigenschaften. Also wer mal geschwind ein paar Meter drin gelaufen ist, der wird merken, dass er sich verdammt gut abrollen lässt und einfach durch das einen voll, also extrem guter Komfort bietet. Einfach im Gehvermögen. Er hat wie auch der Schnittschutzschuh extrem, hat er einen hochgezogenen, wellenförmigen Geröllschutz. Kann man ganz gut erkennen. Da ist dann quasi auch das Obermaterial vom Schuh, der Schnittschutz und der Geröllschutz miteinander vernietet und ist auch gemacht für wirklich widrigste Wetterbedingungen oder Witterungsbedingungen, gerade auch, weil er gefertigt ist aus einem 2,6 mm starken Pirwanger Leder. Der Schuh hat wie alles im Fahnerstyle das sogenannte Klimaair-Futter im Inneren. Das heißt, Belüftung ist absolut gegeben, auch in Kombination mit der Putex Schaftpolsterung. Erkennen kann man den ganzen Schuh immer gleich als Schnittschutzschuh durch die gelbe Niete. Das heißt immer Schnittschutzklasse 2. Nur zur Info, rot wäre Schnittschutzklasse 1, dass der Kreislauf geschlossen ist im Kopf. Und was ich an dem Schuh auch wiffzak-like finde, er hat Kugelöse. Also quasi da, wo der Schnürsenkel durch die Öse durchläuft, befindet sich direkt anliegend eine Kugel. Heißt, wenn man denn die Schnürung verstellen muss oder einfach auch nur der Schuh zubindet, verschleißt der Schuh Schnürsenkel nicht so schnell. Genau. Ja, Gerüßschutz, Alu-Schutzkappe wie auch ein Knöchelschutz. Gäbe natürlich nochmal zusätzlich Schutz beim Tragen und ist einfach ein bombemäßiges Schuh. Und wenn ihr noch Fragen hängt, dann schreibt mich ruhig an, rufet an, WhatsApp, egal. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann würde ich mich mega freue, wenn ihr mal ein Like da lasst, mir freut und mal vielleicht geschwind auf der Website vorbeiguckt. Danke.